Salvete des Kipuli et des Kipule. In diesem Lateinvideo lernt ihr, wie der Genitiv der Zuhörigkeit funktioniert und wie man übersetzt. Wir starten gleich und gehen mitten hinein. Auch im letzten Video war ja Hannibal schon unser Thema. Wir bleiben also beim Hannibal, dem Eroberer, der mit Elefanten gegen Rom gezogen ist. Und ihr kennt bestimmt den Ausruf Hannibal Ante Portas, den die Römer dann ausgerufen haben. Also Hannibal vor den Toren und dass er erst eben von Carthago Nova nach Rom gekommen ist, brauchte er natürlich Elefanten. Die mussten ihm gehören, deswegen hier der erste Satz, Hick Elefantus Hannibalis Est. Der ist eigentlich sehr einfach zu übersetzen. Dieser Elefant, den ich auf dem Bild ziehe, gehört Hannibal. Der Genitiv der Zuhörigkeit steht oftmals bei einer Form von Esse. Und das ist sehr häufig die dritte Person, Singular oder Plural. Und dabei steht, wie ihr oben seht, ein Substantiv im Genitiv. Und dadurch wird ein Besitzverhältnis angezeigt. Jetzt muss es natürlich nicht immer Est sein. Also es kann Est sein, im Plural kann es Sund sein. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit der ersten Vergangenheit, zum Beispiel Erat oder Errand. Und das Ganze im Perfekt wäre Fu-It oder Fu-Erund. Und Fu-To-Eins könnte auch vorkommen, nämlich Er-Ritt oder Er-Rund. Und wenn man eben das schon im Kopf hat, dass wenn man eine Form von Esse hat in der dritten Person, Singular oder Plural, mit einem Genitiv, dann weiß man, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Genitiv der Zugehörigkeit. Ein weiteres Beispiel zeigt auf, wie man den Genitiv der Zugehörigkeit noch übersetzen kann. Wir bleiben wieder bei Hannibal Militum, Pö-Norum, Erat, Romam, Petere. Es war Pflicht der hunischen Soldaten, Rom anzugreifen. Im Vergleich zu vorher sieht man, dass jetzt der Genitiv der Zugehörigkeit noch mit einem Infinitiv eben erweitert ist und der Genitiv der Zugehörigkeit hier Pflichtverhältnisse oder Eigenschaften ausdrückt. Wir haben hier eine Berufsgruppe der Soldaten und hier passt eben Pflicht ganz gut, denn es ist Pflicht der Soldaten eben, Rom, also andere Städte wie Rom anzugreifen. Und das Ganze funktioniert aber auch mit, es ist Eigenschaft oder es ist typisch für. Ein weiteres Beispiel hätten wir direkt darunter, das sich wieder um Elefanten dreht, also Elefantorum est dentis magnus habere. Es ist Eigenschaft von Elefanten große Stoßzähne zu haben. Ich hoffe, dass euch dieses Phänomen mit diesem Video ein bisschen mehr einleuchtet und bedanke mich fürs Zuschauen. Valete und auf Wiedersehen. Valete und auf Wiedersehen.